In diesem Video zeige ich euch die Nummer 1 Übung, um euer Gleichgewicht zu verbessern. Ich bin für euch zahlreiche Studien durchgegangen, welche Übung die Nummer 1 ist, um euer Gleichgewicht zu verbessern. Und rausgekommen ist, dass Muskelkräftigungen extrem gut sind, aber nicht die Nummer 1. Und dieses Video ist extrem gut für euch, wenn ihr Probleme habt mit eurem Gleichgewicht, wenn ihr Angst habt zu stürzen, vielleicht auch nur noch so über den Boden schleift und euch nicht mehr traut, eure Füße zu heben, weil ihr Angst habt zu stürzen, dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. In diesem Video werde ich euch eine Übung zeigen, die euer Gangbild drastisch verbessern wird. Und los geht es auch schon direkt mit der Übung. Als erstes sucht ihr euch zwei feste Stühle, dass ihr euch auf einen raufsetzen könnt und mit den anderen festhalten könnt. Und wichtig ist, wenn ihr wirklich starke Gleichgewichtsprobleme habt, bitte macht das mit einem Familienmitglied, mit einem Freund oder vielleicht auch Therapeuten. Dann stellt ihr euch einmal hin, kommt langsam hoch und die Übung ist letztendlich der Einbeinstand. Und was ihr dabei macht ist, dass ihr euch ca. 20 Sekunden auf ein Bein stellt und das erstmal mit festhalten. Und der eine oder andere wird hier vielleicht schon Schwierigkeiten haben. Ich zeige euch leichte bis schwere Varianten. Wenn das für euch mit der Zeit zu leicht ist, könnt ihr auch mal das Bein wechseln zwischendurch nach 20-30 Sekunden, dann nehmt ihr nur noch einen Finger. Ihr haltet euch nur noch mit einem Finger fest, ihr könnt es auch mit zwei machen und dann nach und nach euch steigern, dass es immer schwerer und schwerer wird. Und wenn das alles gut klappt, dann könnt ihr zum Schluss das nochmal komplett ohne festhalten machen. Aber behaltet euch immer im Hintergrund, dass ihr euch immer irgendwo festhalten könnt. Gerade wenn ihr Gleichgewichtsstörungen habt, ist es extrem wichtig, gerade für euer Selbstvertrauen, dass ihr wieder lernt, auf einem Bein zu stehen. Und wenn ihr das 30 Sekunden machen könnt, auf einem Bein zu stehen, dann wird sich euer Gleichgewicht extrem verbessern. Macht die Übung bitte immer ca. 3-5 Mal, das heißt 20-30 Sekunden auf einem Bein stehen. Und das von der Anfängervariante, das heißt mit komplett festhalten, dann mit zwei oder einem Finger und dann irgendwann ohne sich am Stuhl festzuhalten. Wenn ihr das in dieser Reihenfolge macht, wird sich euer Gleichgewicht auf jeden Fall sehr, sehr stark verbessern. Und ihr werdet nicht mehr so stark über den Boden schleifen und euer Gangbild wird sich damit auch sehr deutlich verbessern. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne eure Erfahrungen in den Kommentarbereich. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.